Starke, zentrale, neuropathische Schmerzen nach einem Hirninfarkt und Schmerzen und Diarrhe nach Colitis ulcerosa reagieren allen auf Normast. Ein Patientenbeispiel. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Doktor. Wir sehen einander jetzt ungefähr fünf Monaten und Sie sind in unser Klinikum gekommen nach einem Hirninfarkt und daraus ist das Syndrom von Wallenberg erstanden mit starken Schmerzen, Problemen mit Spazieren und auch Augenproblemen. Jetzt über den Schmerz. Wo war der Schmerz lokalisiert? Ja, das war in das linken Bein und es waren stark brennende Sensationen und auf einer Skala von 1 bis 10. Wie stark waren die Schmerzen? Ja, die waren ziemlich Schmerz, so 8 von 10. Ja, diese Schmerzen haben sehr wenig reagiert auf Lyrica. Wir haben dann in unserer Klinik Normast oder Palmythylethylunamid zugefügt. Und was war das Effekt auf die Schmerzen? Ja, sagt die Patientin. Die Schmerzen sind deutlich stark vermindert. Und wenn ich angefangen bin mit Normast unter den Zungen, hatte ich das direkt schon gespürt. Und wie ist die Schmerzskora jetzt? Ja, jetzt ist es 4. Also das heißt, mehr als 50% Verringerung auf dem Schmerzen. Und haben Sie noch Nebenwirkungen gespürt? Nein, keine. Also die Schmerzreduktion war deutlich 50%, aber Sie hatten auch noch eine zweite Erkrankung, nämlich eine Inflammation von den Eingeweiden. Was für Symptomen waren das? Also das waren sehr frequent ausklogen und sehr große Probleme, um den V6 unter Kontrolle zu halten. Das alle ist jetzt viel besser geworden. Die Frequenz von ausklogen hat sich halbiert und ich habe auch keine Probleme mehr, um den V6 aufzuhalten. Also das heißt, diese Reduktion ist auch so ungefähr 50% hat sich verbessert. Also Normast ist ein Entzündungshemmel und ein Substanz, der Schmerzen lindert. Und aus diesen beiden Mechanismen können wir das Effekt auch verstehen. Ein Patientendemonstration auf dem Klinikum für Schmerzen in Holland.